WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF Hatten wir ein Glück. Komm her. Guten Abend. Wir hatten fast einen kleinen Unfall an der Straße unten. Wo ist Nicholas? Wo ist Nicholas? Was ist passiert? Ich hab jemand überfahren. Was wollen Sie hier? Wenn ich was für Sie tun kann. Ihnen helfen. Ich glaub, ich fang wieder an zu schreiben. Ich mochte Ihre beiden Bücher, aber das Neue könnte noch besser werden. Sie wollten noch etwas für uns tun. Er muss ein paar Dinge für sich klären. Er kann mit mir reden, wann immer er will. Es gibt ein Kapitel, in dem der Mann einen Jungen auf seinen Schultern trägt. Bin das ich? Niemand hat mich je so verletzt wie du. Ich hab dich beobachtet, wie du der Frau geholfen hast. Du hast so gelassen. Sieht sie raus! Geht dir nie was unter die Haut? Ich wünschte, ich könnte das, was passiert ist, ungeschehen machen. Das war's! Dann komm! Jaв Untertitelung des ZDF, 2020